Köln Wann ist Waldweihnacht? Nächstes Wochenende, wie am Sonntag. Das haben wir gerade gefragt. Ah, das wird sie sagen. Hallo. Schön heute. Herrlich. Wie der Wind, der Schnee aus der Tanne bläst. Ah, jetzt kommt da aber Sturm auf. Wenn man da hin kommt, steht da hin. Ja. 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 Ja, sicher. Ja, sicher. Hallo zusammen. Ja, ich habe auch eine... Also, ich denke, ich habe auch eine kleine Karte. Untertitelung des ZDF, 2020